Hallo liebe Leute herzlich willkommen. Heute bin ich bei meiner Mama und hier ist ihr Kürbisfeld. Ich bin meine Mama und hier ist die ich, die ich bin gekürt. Ich bin zu Hause. Ich bin die... Ich habe die Sicherheit und die Frau. Ich bin das so klein. Ich bin die Bezir, die ich bin. Ich bin diese Bezir. Ich bin die Bezir. Hier ist eine Karrot. Hier ist es nochmal. Karrot ist das? Schmaukuckuckuckuckuckuck. Hier ist der Hoha. Ich bin nicht mehr weg. Wo war ich hier. Den Karrot wohnen auf mich. Du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg. Das war es. Ja, jetzt! Komm schon, hier. Ah! Ich bin mal. Das ist so. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Ich bin mal. Madlen, willst du das mal versuchen? Warte, ich mach das sonst. Schaut du nicht an. Mama. Achtung, hinter die Mama raus ist vielleicht die Pflanze raus. Welche Pflanzen? Hallo! Hier ist ein Oschi. Hier ist ein Achtung. Eine große Ange, die sind hier. Hier ist ein Achtung. Hier ist ein Achtung. Hier ist ein Achtung. Oh, wir sind fertig. Oh, wir sind fertig. Oh, wir sind fertig. Wir sind in den Schrauben. Oh, wir sind hier. Wir sehen uns. Ich krieg den nicht rausgezogen. Jetzt kannst du es sehen. Nein. Schau mal. Jetzt kannst du es sehen. Den nicht. Darf ich? Nein. Ach Gott. Der ist hoch, ne? Ups. Ui. Ja. Okay. Warte. Ich fache jetzt. Ich fache jetzt. Hörpende. Ich möchte aber nicht helfen. Eine Nackte Älster. Ich ist jetzt nicht, ich bin ein bisschen. Ich weiß nicht, ich bin ein Stein. Ui. Ui. Heeeeee! Soll noch ein bisschen rein. Ich bin ein bisschen rein. Soll ich her. Soll noch ein bisschen rein. Soll dich rein. Mama, die! Die, die! Die, die. Die, die. Die, die. Die! Die, die! Oh, mein Kippen? Jetzt läuft die Kamera. Willst du jetzt mal rausziehen? Nee, du musst ziehen. Warte. Warte mal. 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 Oh, nee. Mirai. Oma kann das. Oma, warte. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ich kann das nicht gucken. Sag es nochmal. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ich kenne es. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ich kann das. Tja, das auch. Kannst du sehen? Ja. Mega. Noch eine. Aber der ist nicht so groß. Au. Der ist ja auch was. Gut. Jetzt bietest du mir eine Schaukel an? Ja. Warte Mutlin. Jetzt kannst du sehen, bitte. Den hätte ich auch nicht rausbekommen. Das ist ja auch riesig. Warte jetzt. Und ja. Leo. Gut. Leo, sag mal. Warte. Da kommen wir. Du musst auch näher rangehen. Damit die das sehen. Tipp. Ja. Kann ich ziehen? Ja. Langsam, langsam, langsam. Ja. Hott ist das noch hier. Gut. Wahnsinn. So. Oh. Na. Oh. So. Ok. So. So. Abeneservice. Ich kann nicht so gut schenken. Es ist ein kleines Beispiel. 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 Das ist cool. So, wir haben ein paar Beile, ob es schon mehr gibt. Wir haben ein paar Beile, ob es schon mehr gibt. Wir haben ein paar Beile, ob es schon mehr gibt. Zwei Tage später hilft die Mama beim Kürbis ernten, da das ganze Zeit regnete. Sie haben eine Beile, die wir hier gesehen haben. Es ist ein paar Beile, die wir haben. Ich bin die Beile, die wir sind. Das ist alles, was wir haben. Ich bin die Beile, die wir haben. Das war's mit Kürbisernte. Meine Mama hat die Chili ins Haus geholt, damit sie nicht erfrieren. Tschüss. Bye-bye.